Und wir schalten jetzt nach Graz zum Teamchef zu Franco Fodor. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Teamchef, das Nationalteam der Herren hat erst mal sein Achtelfinale bei einer Europameisterschaft erreicht. Karl, den hat man in die Verlängerung gezwungen. Gibt es irgendetwas, was Sie in den letzten zwei Wochen in Ihrer Mannschaft zu kritisieren haben? Nicht viel. Also unser Motto war ja von Beginn an der Vorbereitung. Wir wollten Geschichte schreiben, wir wollten unbedingt das Achtelfinale erreichen. Das ist uns eindrucksvoll gelungen. Und ja, im Achtelfinale gegen Italien waren wir Außenseiter. Trotz allem hatten wir den Glauben, auch gegen Italien bestehen zu können. Leider ist uns es nicht gelungen. Aber trotz allem bin ich sehr, sehr stolz auf die Mannschaft, wie sie sich bei dieser EM präsentiert hat. Und ich denke, auch ganz Österreich kann auch stolz auf dieses Nationalteam sein. Noch bei der WM-Qualifikation im März ist Österreich 0 zu 4 gegen Dänemark förmlich untergegangen. Beim Turnier jetzt war die Mannschaft aber wie ausgewechselt. Das Profil hat sogar geschrieben, endlich dürfe das Team ohne Handbremse auftreten. Und offensiv spielen, haben Sie die Handbremse für das Team gelöst? Nein, die Handbremse war schon immer gelöst. Nur kann man den Lehrgang vom März jetzt mit dieser Vorbereitung nicht vergleichen. Weil auch im März haben uns fünf, sechs wichtige Spieler gefehlt. Also eine zentrale Achse mit Martin Hinteregger, mit Conny Leimer, mit Marco Arnautovic. Und das wird halt oft in die Bewertung nicht mit reingenommen. Und deshalb haben wir auch im März-Lehrgang anders gespielt. Weil es ist immer wichtig, dass der Trainer auch so spielt, was das Spielermaterial hergibt. Und jetzt bei dieser EM, bei der Vorbereitung, bei der kompletten Vorbereitung, hatte ich alle Mann an Bord. Und dementsprechend haben wir dann auch Fußball gespielt. Das Spielermaterial, wie Sie es nennen, ist so gut wie es schon lange nicht mehr war. Österreich hat so viele gute Spieler wie schon seit vielen Generationen nicht mehr. Woran liegt es, dass die österreichische Mannschaft heute so viel besser ist, als sie das noch vor einigen Jahren war? Nein, also es gab auch in den vergangenen Jahren, auch 2016 war die Mannschaft sehr gut bestückt. Es gab Topspieler, auch die viele, die im Ausland tätig waren. Aber jetzt ist es einfach so, dass viele junge Spieler dann auch im Ausland Fuß gefasst haben. Vor allen Dingen auch in der deutschen Bundesliga. Sie haben sich jetzt in den letzten Jahren auch extrem gut weiterentwickelt. Und davon profitiert klarerweise auch das Nationalteam. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr läuft ja noch. Da ist der Start etwas missglückt. Was haben Sie aus der Europameisterschaft gelernt, was Sie jetzt bei der WM-Quali anders machen werden? Ja, wir haben einfach auch gemerkt, dass wir hatten eine längere Vorbereitungszeit. Da waren natürlich gefragt, auch inhaltlich konnten wir dementsprechend auch viel trainieren. An den Abläufen, an den Automatismen, an dem Spiel mit Ball, an dem Spiel gegen den Ball. Und im September gibt es wieder einen anderen Lehrgang. Aber ich glaube, wir haben, was jetzt wichtig war, wir haben einen richtig guten Kader nominiert für die Europameisterschaft. Und diese Spieler werden auch die Möglichkeit haben, dann auch im September diese Leistung wieder zu bestätigen. Und jetzt gilt es einfach, diesen Schwung, diesen Elan, diese Begeisterung, diesen Teamspirit, den die Mannschaft bei der EM gezeigt hat, den auch mitzunehmen für die wichtigen WM-Qualifikationsspiele. Jetzt hoffen wohl alle, dass wir die WM-Qualifikation schaffen. Für den Fall einer WM-Qualifikation würde sich auch Ihr Vertrag automatisch verlängern. Wenn das nun doch nicht gelingen sollte, würden Sie gerne auch weiterhin Teamchef bleiben? Also mir macht die Arbeit sehr, sehr viel Spaß mit diesen Jungs, weil alle Jungs haben einen tollen Charakter, sind sehr verantwortungsvoll, sind auch sehr verantwortungsvoll mit der Covid-19-Situation umgegangen. Also ich bin sehr, sehr stolz auch, dass ich diese Mannschaft trainieren kann. Und klar würde ich auch gern weiterhin das Nationalteam trainieren. Und denke aber, man soll es nicht nur immer wieder davon abhängig machen, ob man sich für irgendetwas qualifiziert. Weil bis jetzt in meiner Ära, denke ich, haben wir alles erreicht, alle unsere Ziele erreicht. Wir haben uns qualifiziert für die Europameisterschaft. Wir sind erstmalig ins Achtelfinale eingezogen. Wir haben die Nations League, wir sind in die Gruppe A aufgestiegen, wollen uns dort mit den Besten messen. Also insofern, glaube ich, haben wir unser Soll erfüllt. Aber jetzt gilt es klar, weiterzumachen. Wichtig ist, dass wir nach vorne blicken. Und wir wollen uns für die WM 2022 qualifizieren. Das ist unser nächstes Ziel. Sport ist immer auch hochpolitisch, gerade so große Turniere, wie es die Europameisterschaft sind. Dieses Mal gab es eine sehr große Debatte über Regenbogenfarben an Münchner Stadion. Die Stadt München wollte das, die UEFA hat das abgelehnt. Und wie stehen Sie eigentlich zu der Debatte? Finden Sie es gut, dass da jede Form von Politik außen vor gehalten wird? Oder wäre es ein gutes Symbol gewesen, die Münchner Arena in Regenbogenfarben zu beleuchten? Ja, es wäre sicher ein gutes Symbol gewesen für die ganze Welt und auch für die Öffentlichkeit. Die politischen Debatten wären ja auch nicht weniger nächstes Jahr als dann die WM in Katar. Auch dort gibt es eine große Diskussion um Menschenrechtsverletzungen. Ihre Mannschaft hat sogar schon dagegen demonstriert. Treten die Fußballverbände UEFA und FIFA zu wenig stark für Menschenrechte, für Gleichstellung und gegen Rassismus auf? Nein, also wir treten ja schon auch gegen Rassismus auf. Auch die UEFA wirft dort einen großen Blick darauf. Und nochmals, jetzt wird man dann auch sehen, wie sich das dann auch in der nächsten Zeit alles entwickelt. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die Menschenrechte im Blickfeld hat. Und wir sind alle gegen Rassismus. Sie können den Rest der Europameisterschaft jetzt etwas entspannter verfolgen. Ihr Tipp, wer wird Europameister? Ja, meine Favoriten waren vor der EM Italien, Frankreich und Deutschland. Und ich denke, einer von den dreien wird es werden. Sie sind Deutscher. Wenn Sie jetzt nicht mehr zu Österreich helfen können, müssen Sie dann nicht praktisch zu Deutschland helfen? Ja, Deutschland ist nicht so gut ins Turnier gestartet. Haben gegen Portugal zwar ein tolles Spiel abgeliefert, hatten dann aber gegen Ungarn sehr, sehr viel Glück im Spiel. Aber wir wissen alle, Deutschland ist eine Turniermannschaft. Sie sind immer in der Lage, sich auch während dem Turnier noch zu steigern. Deshalb erwarte ich mir ein gutes Spiel gegen England. Aber so, mein Herz schlägt jetzt eigentlich so etwas auch für Italien. Weil, wie sie sich nach dem Spiel verhalten haben gegenüber uns, es war schon großes Kino. Sie waren sehr fair, haben uns gratuliert zu dieser tollen Leistung. Also nicht nur der Trainer, sondern auch alle Spieler. Und deshalb drücke ich auch den Italienern die Daumen. Und gegen den Europameister verlieren ist ja auch nochmal ein bisschen besser. Herr Fodor, vielen Dank für das Gespräch. Alles klar, danke. Und das Gespräch haben wir auch vor der Sendung aufgezeichnet und etwas gekürzt. Die ganze Fassung können Sie im ZIB2 Podcast hören.